Abgestimmt, ja, abgestimmt. Augenmaß. Das ist ja mal ne voll läppische Achterbahn. Uppsala. Falsch. Kannst du die jetzt so? Ne, 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 mach mal zurück. Ja, zurück. Das interessiert mich. Kannst du die jetzt so bauen? Upps, warte. Ne, das ist ein bisschen krass. Okay. Wir schweben. Das sieht aber so scheiße aus. Ja. Unrealistisch. Aber die gehen ja auch nicht. Doch da, die ganz engen Kurven. Nehmen wir die ganz enge. Die ganz enge. Genau, ne. Mach mal hier weiter, dass du hier weiter gehst. Also die Kurve weg. Ach so, die Kurve weg. Also die gehe ich schon noch hin. Gehen wir weiter? Gehen wir wieder so ne enge? So ne enge? Oder ne körperere? Mir egal. Oder ne gerade? Genau. Shit, man. Das hat doch was, oder? Dann hier langsam der Abschluss. Dann noch. Dann noch. Eine enge, enge. So. Ich glaube, das geht gar nicht mal richtig. Okay. Gut. Äh. Äh. Anders. Du bist hier. Ne, ne, ne. Warte. Ich will die enge. Mach hier ne enge draus. Genau. Unter. Und jetzt ne Doppelkurve. Ne. Erstmal so. Dann ne enge Doppelkurve. Ja. Das ist auch zu hart, Kass. Das geht nicht. Mann. Das will ich aber. Dann müssen wir weiter nach hier so. Hm? Ja, dann geh hier doch weiter rüber. Das kannst du doch hier. Hier geradeaus. Dann. Ups. War geplant. Jetzt. Aber ne enge. Ja, die enge hattest du. Noch eins. Dann so. 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 Jetzt. Ups. Ups. Äh. Oh mein Gott. Guck dir das an. Guck dir das an. Das ist ne Achterbahn, mein Freund. Das ist ne Achterbahn, Mann. Und da machst du jetzt so die ganze Schlange voll. Nein, 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 nein. Mach mal weg, mach mal weg, mach mal weg. So weg machen, oder was? Mach ganz bis zum Dings hin, so. Komplett. Achso, so und dann so. Alles ausnutzen. Genau. Total ausnutzen. Total ausnutzen. Äh. Ha. Aha. Guck dir das an, du. Oh, die Idee bin ich nicht gekommen. Man. Ähm. Selbst. Selbst am Anfang kriegst du schon die ganzen Kurven. Guck dir mal hier so. Guck dir mal so. Ist ja voll lappisch. Und dann. Das ist auch noch lappisch. Und dann hier so. Äh. Kotz. Äh. Pff. Okay, gut. Ähm. Öffnen gleich direkt. Wie Waggons machen wir denn? Ein Freund. Vier Personen pro Zug. Ich kann gar nicht, ich kann gar nicht mehr. Ja. Eigentlich müssen dann doch locker zwei Züge gehen. Ah. Weil. Ich mach zwei Züge, oder? Ja. Ja. Zwei Züge. Und dann auf öffentlich. Orange. Orange. Ja. Achso, ja gut. Die muss man vielleicht mal testen. Ja. Ähm. Los. Hä? Was denn, mein Freund? Preise. Also, ich würd's schon gern mal jetzt öffentlich machen. Weiß von der Einstellung. Preis. Nein. Ja, Eintrittspreis. Eintrittspreis. Ist halt immer so ne Sache, Kai, ja? 52. Weil du gibst, am Anfang, weißt du, ich hasse es ja, weißt du, bei uns in Deutschland ist es ja meistens so, du bezahlst halt Eintritt, keine Ahnung, wie viel ist das? 22,30 Euro oder so? Äh, und dafür musst du dann halt nur Essen, Trinken bezahlen, aber keine Achterbahn mehr. Kannst du aber bei dem Game nicht machen. Null. Geht. Kann man ja gar nicht machen. Und wo kriegen wir dann das Geld her? Ja, gut, auch wieder wahr. Dann, aber nicht so teuer, weil ich wollte schon in Eintritts... Guck mal, was kosten die Standardengeschäfte? So ein Karussell. Ein Euro. Find ich auch okay. Sind alle auf ein Euro eingestellt, oder? Ein Euro. Hä? 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 So. Was? Oh, nicht was! Einmal rutschen! 50 Cent! 50 Cent! Also das kannst du mir jetzt nicht sagen, dass das Geld kostet, ja? Also, ich bitte dich. So eine Achterbank, äh... Das Boot. Ein Euro. Ist doch okay, oder? Mhm. Die Go-Kart-Bahn. Die Go-Kart-Bahn. Das hat schon mehr Betriebskosten, na? Würde ich schon so 1,50 Euro machen. Go-Kart-Bahn. Karussell auch auf 1,50. Ähm... Go-Kart-Bahn. Pfff! 2. 2 Euro! Warum nicht, ne? Warum nicht, mein Freund? Mensch. Dann muss aber die... Ja, da waren es dann 3 Euro. Naja, also... Das ist ja schon mehr Action als das. Dann... 2,50 Euro so? Ja. Weil 3 Euro finde ich zu viel, muss ich sagen. Ja, das stimmt schon. Ja, weil... Es ist halt... Keine spektakulär. Obwohl... Wir machen sogar... 2,20 Euro. 1,50 Euro pro Stunde, ja? Ja, gut, klar, aber... Du weißt schon, dass man... Wenn der Park jetzt läuft, bekommst du ja schon ziemlich viele... Ähm... Besucher, ja? Also... Ja, aber dann mach 1,80 Euro für die Go-Kart-Bahn. Und das 2 Euro? Ne, 2,20 und 1,80 Euro für die Go-Kart-Bahn. Okay, gut. Weil ich finde, das sollte schon ein größer Unterschied sein. Ja, okay. Und mach mal ein paar... Mehr Karts, so 2 Stück oder so. Willst du die Go-Kart-Bahn nicht wieder anmachen? Und guck mal, was noch aus ist. Es ist nix aus. Okay. Das ist so zack aus! Da ist gar nix mehr aus! Dieser Moment grad, ey. Da ist nix mehr aus! Was... Für wen hältst du mich eigentlich? Können wir schon mal anfangen? Ich hätte jetzt... Wird gern schon mal anfangen. Also mein Starten, oder was? Ja. Was geht los? Was ist überhaupt unser Eintrittspreis? 5 Euro. Mechaniker einsteigen. Oh, ja. Ganz doll wichtig, mein Freund. Vergebnis nur noch. Und kurz Frauen. Oh, wir müssen... Halt, mein Freund! Wir haben noch gar keine Sitzmöglichkeiten und sowas, ne? Benke. Nicht so wischig. Holzbank. Wie langt das, wenn ich... wenn... wenn... wenn hier einfach so... rum geht es nicht? So... Das kann mir alles noch ändern. Reicht. Reicht, okay. Dann noch Mülleimer. Ja. Oh, er bräuchte mir echt ein paar. Oh, er bräuchte mir echt ein paar. Geht hier so ein, oder was? Ja. Dann brauchen wir aber hier noch Lautsprecher. Finde ich schon wichtig. Dass man überall auch hört. Was? Mach dann auch noch mal ne Bank hin. So, ähm... ne Bank haben sie gesagt. Ja, hier so ungefähr. Ja. Ja, warte, 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 man. Alles mit Ruhe. Waren die Bank, man? Hä? Da haben wir vorbei gescrollt, dann immer noch daneben. Deine Muttermann. Aber zwei Bänke, ja. Ähm... Ja, so langt es doch jetzt. Personal, oder? Ja, warte mal auch jetzt. Personal. Wo gibt's Personal? Ich hab beim Tutorial nicht aufgepasst. Shitiot. Oben, oben, oben. Bei der Kante. Besuch, ne. Oben. Da, Personal! Oben. Hä? Hä? Wo? Hä, wo? Ich mein, hier geht auch. Auch hier. Nein! Ach so. Na ja, dann war's da, wo du warst. Nein, Besucher, lol. Hier, Personal. Nein! Äh... Ich glaub, das war schon richtig. Nein, war nicht richtig. Nein, war nicht richtig. Doch! Und wie stell ich jetzt ein? Hier. Wie viel? Einer oder zwei? Drei. Sicherheitskraft. Ein Sicherheitsmensch, komm. ne. Entertainer. Entertainer? Nö, Entertainer. Obwohl, 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 obwohl. Entertainer. Warum nicht, ne? Was ist hier auf jeden Fall noch? Ich würde ihn entlassen. Ich will keine zwei Entertainer. Da musst du ja aufs Plus gehen, mein ich, oder? Ja. Ne. Ähm. Was wird er noch angezeigt, wenn du aufs Plus gehst? Ja, was passiert, wenn du aufs Plus gehst? Wie viel der... kriegt... Verliert. Ähm. Ne. Hier zum Mitarbeiter auszubilden. Ah, hier. Da. Da. Perfekt. Nein, Putzfrau. Putzfrau. Da. Da. Reinigungskraft. Den nennen wir erst mal Kevin. Der mechanischer ist der Markus. Markus. Ich bin sicherheitsbar. Keil ist der Sicherheits. Und ich bin der Entertainer. Chris. So. Also ihr könnt ja auch, äh... Wenn wir ja mehr Leute haben, könnt ihr ja zum Beispiel auch sagen, ja... Nein, Chris. Hä? Was denn? Mach den Entertainer zum Panda. Ja. Also... Zum Kevin, oder was? Ja. Aber ich will keine Reinigungskraft sein, Mann. Kannst du ihn mit anders nehmen? Henrik! Hahaha! Hahaha! Könnt ihr ihn jetzt zum Panda machen? Okay, warte. Äh... Personal? Ne, jetzt war Besucher. Äh... Da. Da! Zum Panda! Zum Panda! Wihi! Das passt schon. Äh... Dann würd ich sagen, los, ne? Hier... Ey, du da, du Opfer, Mann! Auf der Straße, Mann! Ja, platzieren doch hierhin! Stimmt, direkt zum Eingang. Hier, guck mal! Belustig... Hä? Was los heute? Lass aber gut drauf. Ey, du sollst... Ich glaub, wir haben grad 40 Grad. Ist mir scheißegal, das Opferkind, Mann! Kevin, du sollst tanzen, Mann! Ey, du Opfer, Mann! Hallo? Kannst du dir doch nochmal genauer angucken, geh mal hier irgendwo drauf. Hahahaha! 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 Geh mal hier irgendwo drauf! Ey, der... der blockiert den ganzen Eingangsbereich, Mann! Hier! Hier! Da, wo denn? Da! Vergnügen! Also, der verklügt echt... Was? 85%? Ey, den stell dich wieder anders ein, Mann! Guck mal, was ist das denn für ein Opfer? Guck mal, guck den mal an! Guck mal! Voll die Opfer, Mann! Hier kannst du nur die Farbe einstellen. Hahahaha! 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 Hä? Pink und? Was gibt's noch pink und? Ja, pink und weiß, passt doch! Hm... Der soll ja auch lustig aus! Guck! Was für ein Opfer, Mann! Kevin? Was kann man da noch machen? Disziplinieren oder was? Gedanken? Meine Arbeit ist... Abwechslungsreich! Juhu! Runterlassen! Achso, weil du die ganze Zeit rumschleppst, wahrscheinlich! Äh... Disziplinieren oder was? Da! Hallo? Jetzt ist dieser Button weg, toll! Jetzt hat er gesagt... Was noch ausbilden? Kommen bilden aus, wenn es geht! Ja, komm! Ah, hier! Guck mal! Für den Kevin, da gebe ich doch mal 50 Dollar aus, ne! Ohne Spaß, Kevin! Er hängt nicht mehr! Oh, wir haben was vergessen! Wir sind die Testberichte ausgegangen! Noch keine Ergebnisse, Mann! Die sind stehen geblieben da oben! Warum? Du musst da Ketten einbauen! Warum? Und so ist hier! Das bleibt da stehen! Du musst... Der geht's ja nicht nach unten! Wie änderst das jetzt um? Ich hab keine Ahnung... Hier vielleicht? Ah, hier! Hey, hier kann ich aber keine Ketten! Hä? Warum kann ich hier keine Ketten? Mach die... Doppelkurven mal weg! Also mach das mal weg, hier wo du bist gerade! Mach das mal im Müll! Was? Hä? Mach das mal im Müll! Das da! Jetzt geh mal runter! Runter! Ne, ne, nicht... Ja, genau, runter! So, jetzt mach mal ne Kurve! Du solltest nicht wieder gerade werden... werden, ne? Ich muss gerade werden, um ne Kurve zu machen! Ne, mach... Ne, das war schon richtig! Mach... Das runter! Und jetzt Kurve! Genau! Und jetzt mach die Kurve mal hier weg! Was ist das Alte? Und jetzt das wieder verbinden oder so! Scheiße! Du bist zu tief! Du bist zu tief! Du bist zu tief! Hä? Bin ich echt zu tief? Mhm! Hä? Bin ich gar nicht! Es ist noch eins nach vorne, oder? Jetzt... Ja, ich mach die einfach aus! Nur ein gerader Stück! Ein gerader Stück! Jetzt Kurve! So, jetzt... Jetzt testen! Jetzt könnte es gehen! Hallo, testen! Ja, die fahren doch da! Okay! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Vielleicht... Hey! Aber... Ich verstehe das nicht! Ich glaube... Du müsstest hier nach der Kurve direkt runter gehen! Ne, die Kurve kannst du stehen lassen! Aber hier die Kurve! Hier musstest du runter! Ich Curry... Dasет manанzt nie! Keine Katze! Ich spreche... Warte mal! so okay ab da muss dann halt anschließend wieder jetzt scharf kurve ich glaube das ist zu niedrig oder ja toll test durchführen kommt schon das muster jetzt klappen gibts mir ich glaube das spiel sound ist viel zu leise ja deswegen ist er wahrscheinlich zu leise hast du den überhaupt ja ganz leise ich weiß nicht okay soweit ist ja alles noch okay ich glaube dass da müsste ja eigentlich gehen das heißt so eine 08 15 achterbahn ja da kann man nichts bestimmtes machen ja da kriegt genug speed drauf ja ja da auch noch ein bisschen speed bonus ja doch müsste ja locker gehen perfekt perfekt noch nicht bewertet der jetzt muss halt noch der zweite wagen kommen geht doch noch oder ne ich finde es cool dass erregungswert und so und also dass das beides hoch ist und die übelkeitswertes mittel die objekte bei pizza 1 ist zu billig ich finde preise eigentlich ganz okay also du musst dir überlegen ist es ein stück pizza ja lol wtf man guck dir das man die schlange hierbei wackel boot man habe ich überhaupt angeschalten ja guck dir mal die schlange bei wackel boot an einfach kameras steuerung vor live und so unser pack geht doch also wenn guck mal bei unserer kartbahn hat man sich da mal kamera modus aktivieren ja schön wir haben jetzt geht es noch mal doch los los jetzt geht es oh mein gott 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 war ach so dass es die scheinwerfer weil grad nacht geworden ist und da fahren wir mit so einem gammler der voll langsam ey was für ein opfer mann guck doch mal Pilsmann du Opfer ey voll die Opferlibelle mann guck mal jetzt fällt 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 ans hey pf direkt abbrechen der loser mann ja mann bam oh mein gott waaaaaah direkt am besten moment eingestellt wo okay bleib ich will auch was sehen du Spasti mann so wow 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 okay 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 ja okay oh mein gott Kai ich k- ich krieg einen feustes hüßchen wow das ist einfach gar nichts looo wow 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 ey yoo yoo yoo! Zieht nichts denn... woj 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 oh... Wow, ¿simoo?! Alter? moduliS ложmü di profesor, nozun full Es ist, dass ist krass ey, das war nicht schlecht ey. Also das ist er hier am Ende das ist krass, also das habe ich jetzt nicht gedacht Bäm, bäm, bäm!!! Jaaa gut Gku-a-hat-hung-vi-ta-ma-zu, guck dir das mal an делdonefin Alter hier... ... ist doch voll schlimm Also am Anfang war ich so griff, und dann BÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄॾÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ DIN' Давайте get up, ey- Vuagh bay, ihr! Nein, ey, ihr Opfers, Mann. Ich will jemand sehen, wie jemand rutscht. Hallo? Wow. Ich glaube, der hat gerade angefangen zu rutschen, ne? Ich habe nichts gesehen. Hallo, rutsch. Rutsch! Warte doch mal, warte doch mal. Du brauchst deine Zeit, du musst dich vorbereiten. Der traut sich nicht. Lass erst nochmal der Karte-Schrecke zugucken, die sieht interessant aus. Ah, die Fresse, der Opfer. Ja, aber ich würde hiermit sagen, eigentlich... Wie die anstehen an der Rutsche. Ihr könnt uns ja Tipps und Tricks sagen, ja. Aber ich würde erstmal sagen, die Folge würde ich jetzt mal gerne beenden, ne? Weil ich auch auf Toilette muss und so, yay. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bewertet nicht vergessen. Tschüss.